Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu euch in der neuen Folge von Xenoblade Chronicles 3. Endlich bei Kapitel 5 seit dem letzten Mal. Wir haben denen die Königin gekämpft, die offenbar nur eine Marionette war. Oder zumindest war das wahrscheinlich eine Hochstaplerin, die echte Königin, er hat ja angesprochen, dass die sich irgendwie wehren würde. Der Hauptkonsul, oder wie ich ihn jetzt ab sofort nenne, Fake-Noir. Interessant, dass da auch noch ein zweiter Konsul war, der einfach wie Mio aussah. Jedenfalls, da vor uns steht ein Boss. Da sehe ich Maschinen, die mich zerlegen wollen. Ich wollte auf jeden Fall hier erstmal die Nebenquest jetzt machen, die hier auf der anderen Seite der Schlucht war. Beziehungsweise hinter dem Schloss hier. Ich biebe mich einfach mal auf die andere Seite. So, hier ist Fragezeichen. Es hat tatsächlich mit der Kolonie dort zu tun. Ich packe mich mal aus dem Bild, weil wahrscheinlich eine Sequenz ausgelöst wird. Ich packe mich mal aus dem Bild, weil wahrscheinlich eine Sequenz ausgelöst wird. Es scheint, die Kampf war nicht so lange vor. Es könnte immer noch die Enemies nebenbei sein. The absurdity of battle never ceases to amuse me. Was hat er deal? Sie ist ein Kvessi-Soldier? Sie ist in dieser Richtung gekommen. Die Leben sind so schnell verloren. Und in Service zu all manner of Nonsense. Es ist wirklich, das ist der Grund. Wir werden niemals aufhören. Sie verstehen nicht? Um, können wir... Also, hast du, äh... Sie helfen uns gerade jetzt? Oh, wir sind noch nicht aus den Wurzeln. Es scheint, wir haben noch neue Gäste kommen. Huh? Wir befinden uns. Nur eine Sache für es. Ja? Seid ihr bereit? Oh, ihr seid alle einfach so schön. Das ist nicht die Zeit für die Wurzeln. Ich glaube, du bist richtig. Es ist zu früh, um zu spüren. Weil... der Spaß ist nur einfach zu beginnen. Ich dachte mir schon, dass jeden Held auf mich wartet. Die ewige Streiterin. Offenbar ist sie gegen ihre eigene Einheit. So, erstmal ein Schadensfeld errichtet. Die sollten wir aber easy platt kriegen. Ich glaube, ich mache einfach mit allen Uroboros und passt das schon. So, nur noch die Maschinen. Aschera! So heißt die Dame. Ja, nur noch eine Maschine, ne? Ja, nur noch eine Maschine, ne? Just now. Das waren die Kvesi-Soldier. Ah, gut gesehen. Es sind die Korpsen von Kolonien 11. Und wenn du mit deinem Begriff bist, ich würde sagen, dass du auch ein Kvesi-Soldier bist. Hm? Wer? Ich? Wir sagen uns, wer du bist. Welche Kolonien bist du? Hm. Dann muss ich absolut wissen. Ich bin der Kommandante der Kolonien 11. Unsere Soldier haben uns gerade attackiert. Wauw, cool. Wauw, was? Huh? Der Kommandante. Hang on. Back it up. Wenn du Kommandante der Kolonien 11 bist, dann bist du ein Shearer. Der Undying Blade. Undying? Was in der Queen's name? Sie ist eine Art von einer Celebrität? Da ist eine Begriff von der Kvesi-Soldier in der Kvesi-Soldier. Sie ist eine Begriff von einer Kvesi-Soldier. Sie ist die Kommandante der Kolonien 11. Sie ist die Begriff der Kvesi-Soldier. Sie ist die Begriff der strongeste Person in Kvesi-Soldier. Und wieder auf die Frage. Du sagst uns, du warst von deinem Kolonien. Hm. Ich glaube, ich sage dir das. Aber warum? Was für? Ich glaube, ich habe ihnen ein paar Gründe gegeben. Diese Dinge passieren. Ich nehme die Kolonien 11 aus der Equation. Sie wollen mitkommen? Huh? Mitkommen mit? Warum? Entschuldigung? Jetzt ist die Zeit der Öffentlichkeit. Das ist so dummer. Aber Sie sprechen über Ihre eigene Kolonie. Ihre Freunde. Sie gehen und sie kämpfen. Sie machen sie? Natürlich. Sie haben sie wenigstens gewonnen. Sie haben auch meine eigenen Grunde für sie zu töten. Außerdem sind sie zurück und lassen sie immer auf mich nehmen. Das ist nicht mein Stil. Es ist einfach... keine Spaß in dieser Art. Ich glaube, du sagst diese Sache aus. Aber... warum sind wir uns zu uns? Huh? So, du sagst mir, du bist nicht der Ouroboros der Ouroboros der Ouroboros? Huh? Du sagst? Du sagst? Komm jetzt. Ich habe das persönlich gehört von der Queen. Jeder Kommander Alive weiß über dich. Als ich höre, du bist eine Art von Rebels. Du bist eine Art von Rebellen. Wrecken die Kolonien's Flamme-Clocken. Das ist schrecklich. Das ist auch wahr. Aber wir machen es nicht nur für die Spaß. Es scheint, du bist nicht der Lieblende. Ich bin 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 der Lieblende. Auf der Krieg, du hast eine von zwei Möglichkeiten. Begelebt und leben. Oder Begelebt und sterben. Oh. Wenn du das purem Acht auf der Arbeit nach und nach vorne bist, da gibt es keine Ente, von den Angelegenheiten und Angelegenheiten. Nicht für die Körnerinnen, nicht für die Körnerinnen. Das ist etwas, was die Soldaten sollte. Mehr so, jetzt, dass du rebeleidst und sichergestellt hast, dass alle alle deine Hände wollen. Wie ich immer sagen, niemand hier hat das auf der Grund. Ich bin sicher. Alle haben ihre eigene Meinung zu denken. Ich versuche nicht anders zu sagen. In jedem Fall, da gibt es ein Ort für dich auf meinem Kampf, wenn du in die Körner befestigst. Ich bin sicher, dass Kolonien XI einen warm Willkommen geben wird. Ich bin sicher, aber vielleicht nicht das, was du wünschst. Was ist die Problem? Was ist die Frage? Was ist die König der Körner, dass sie von uns von uns? Ich weiß nicht. Aber sie ist sicher, dass sie etwas nachfragen sind. Wir haben neue Freunde gemacht. Ich nehme an, sie will, dass sie ihre... ...Klamm-Uhr zerstören. Neue Kolonien XI sind registriert. Welches Ort ist das? Oh! Don't tell me. Have you actually decided, to accept my invitation? Well, you know... We do owe you for helping us before. I've never heard of anyone entering the Volvs Den, just because they owe someone. How are you even planning on fighting a whole colony alone? Charging at them head on? Ah, you must be the tactician. Got it in one point, Dexter. You're insane. Oh, come now. We live in a world of strife. Of constant, unending war. And you question my sanity. Know what? Just sounds like suicide to me. Maybe you really have lost it. For Uni, that's too far. Even for you. Okay, but you did hear her, right? My colony, Colony 11, guards the castle, and it's rightly hailed as being impregnable. Not a single Agnian soldier has ever broken through, not even once. I fought long and hard to defend this colony. And now I'm going to bring it down. Just one woman. Can you think of anything more satisfying than that? I know I can't. You know what else you're not thinking of? The moment they open fire and turn you to mincemeat. How's that for a punchline? If that happens, I'll do my soldierly duty and turn into a lovely corpse. Oi! I'm touched by your concern, but they won't be killing me that easily. All of you. I'm sure you've overcome your own share of hairy situations. We can do this. What would you know? You don't know a thing about us. Don't be such a worrywart, Uni. We can do anything if you've got our backs. You're awfully enthusiastic about this, Lance. You reckon? Now I think about it, you've known about Ashira since the start. Do you maybe... Shut up! She's the best defender in Keves. I'm just some nobody. If somebody told you you get to fight alongside a legend, wouldn't you jump at the chance? What an awfully nice thing to say! I'll be looking for some great things from you, uh... Lance, was it? For... I... Give me a break. Well then, my dear Ouroboros fellows. What say we sully forth? The battle awaits us. One that's sure to prove a most thrilling distraction. Okay, I have to fight. This will keep me going. Are you pissed? All right. The power-don-ratter. Off your feet! Oh! 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 You're my with control! Oh! Oh my God! Cool! Even if they die Flächen treffer raushauen... Oh, noch zwei. No wonder your little gang is causing waves. You were completely ruthless with my lot. Do you have to talk about us like that? Just so you know, we actually were trying to go easy on them. Oh, no need to hold back. You can wipe the floor with them. That's me giving you the green light as their commander. I heard of some terrible commanders before, but this one takes the biscuit, hands down. You know, there's rumors that some soldiers in Colony 11 are crazy tough. Is that right? Yep. The way I heard it, they have snipers who can shoot you from behind a mountain. Or specialists who can read your mind. Bollocks. Those aren't even good rumors. Ooh, now this sounds interesting. Is there anything they said about me? Huh? Oh, um, yeah. I mean, they might have mentioned some things. Go on, try me. Even though I can probably guess. They call you Ashira, the Undying Blade. A heroic commander, famed throughout Kevers. Another name they use is... That suicidal maniac. Okay, I see. Wow, that kind of sucks. Oh, definitely. I was prepared for anything. But this, it's just so bland. So boring. I was hoping for something with more zest, more bite. That's what you're hung up on. If you're finished chatting, I'd like us to get moving. Hey, don't forget. We're smack dab in the middle of enemy territory. Oops, you're right. Not much time until reinforcements come. I'm feeling a little miserable, but... I can take it all out of my men. No problem. Yep, it's official. We found the worst commander. Wahrscheinlich darf ich noch mindestens zwei Kommandos verprügeln. Warte, wie hieß die Esel? Der Kriegsfalke. Das ist ein besonderer Gegner. Ach, das ist der Truppenführer. Und nächster Trupp down. Oh, guck mal, diesmal keine Sequenz. Kletztruppe. So, ein paar die Flächenangriffe. So. Oh, Gott, es will nicht kommen die dicken Maschinen. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Nein, wir den Laser abfeuern. Die neue Vulkanokanone. Rett der Umbeugsame. So, irgendwie krieg ich noch die Ulti ab. Du hast doch eine Klatsche. So, das ist das, was ich will confirmieren. Wer ist die Fläche? Ein Typ von Person, die du sehr gut wissen musst, bei diesem Punkt. Wollt ihr eine Frage? Ein Konsul. Ich wusste es. Das Idiot hat die Verzüge von einem Taktischen. Sie ist die sehr definierende, eine Narcissistin. Ich bin sicher, dass sie gerade jetzt auf die Gefühl, von Kontrollen die Soldaten wie Puppets. So, die Soldaten? Sie ist nur auf die Dinge gegen ihre Willen, versuchen, uns zu unterbinden. Oh, wasser ein Blöck! Das macht mich so ein Blöck! Ich würde mich nicht bemerken, dass ich das sehr viel Geld verdienen. Oh wirklich? Und wie genau du denkst? Kannst du nicht wissen, wie viel ein Kampf sie haben so weit gemacht? Sie sind wirklich wirklich für Blut? Na ja, ich bin natürlich auch meine. Also, was? Der Konsole braucht nicht nur noch die Kolonie 11 zu schrauben uns? Sieht so wie ein Wettbewerb, selbst wenn wir unsere heutige Unternehmen betrachten. Ich kann nicht sagen für sicherlich. Sie sind die gleiche als ich, nach allem. Je mehr Sie sagen, desto weniger ich verstehe. Willst du es einfach immer aufschraubt? Oh, jetzt! Nicht nur auf die finer Details. Alles, was du jetzt tun musst, ist, dass du den Kampf für was es ist. Die nächste Wettbewerb wird noch leichter sein. Das heißt, dass sie viel Spaß macht. Ja, die hat eindeutig eine Klatsche. Alles klar, Augenhöhe vor. Der Fehl ist direkt vor. Du sprichst über deine eigene Kolonie? Also, die Verkaufsgeräusche sind gekommen. Die Verkaufsgeräusche sind gekommen. Oder vielleicht würde ich dich nennen. Die Verkaufsgeräusche sind. Die Verkaufsgeräusche sind. Also, du bist der Konsul für Kolonie 11. Ouroboros, schweig. Schau dir, wie du mich anstattest. Mit einem einzigen Wettbewerb, könnte ich dich, die Verkaufsgeräusche verletzen. Das ist ein Wettbewerb. Es scheint, du verstehst. Er hat nie gesagt, dass ich sie hier verletzen kann. Jetzt, du bist da. Ich werde dich nennen später. Was? Erst. Ich werde dich mit, Former- Commander Ashira. Auf die Hände! Hey! Rude! Mit all due respect, Madame-Consul. Du hast uns traurig gemacht. Wenn ich, keine Ahnung sie, werde ich verabschiedet von Träumen von Träumen... Ich bin froh, dass der Großkonsul uns hat, um uns zu erleben. Beasts, die wir sind. Du bist so impudente als immer. Aber ich werde dir das einmal erklären. Du engagierst in der Krieg ohne Orden. Geht, die Taktik in der Krieg. Du verabschiedst du verabschiedst. Du verabschiedst du militärische Regulation. Und dein schlimmste Krim aller? Multiple, unvergültige Slecht zu einem Konsul. Keine Angst, dass sie es zu verabschieden. Alle Soldaten hier haben das gesehen. Und als Ergebnis, wir haben viele Verkaufs gegeben. Nicht gloria und militärische Erfolg, was der Konsul will? Und wenn ich so wie solche Orden ausfüllen? Keine Angst, dass alle von euch sind Pahnen. Pahnen, wie es auf dem Bordet. Pahnen, die auf seinem eigenen hat, hat mehr als... Verrückte, mit unseren eigenen Soldaten zu sprechen! Insofern... ... also... ... eine Silve-Kolone, egal wie verletzend sie ist, ist gar nicht die Aktion von einer wunderschönen Frau. Im Moment... ... die Kolone 11 unter meinem Kontrollen ist die größte Sache. Also, du hast mich nicht mehr für mich? Ich würde denken, dass ein Maneac zu suicidisch wie du würdest du sein, dass sie ihre Landwirte verletzt werden. Du, schau dir dein roten Mouth. Ich sehe. Und es scheint, dass du unter ein paar Verstände bist, Madame Consul. Wie schuldig. Du hast diese Chance benutzt, um mehr Dribbel zu spüren? Bis zum nächsten Mal, Kolonien XI fließt auf die Krieg, wo du deine Hand wirst. Aber du siehst, wir haben es gemacht, weil wir wollen. Wenn wir eine Krieg, die uns wertvoll sind, wir Soldaten geben würden unsere Leben, um es zu kämpfen. Das ist alles, was wir immer wollten. Meine Soldaten und mir selbst. Was machst du an? Schauen wir es in einer anderen Weise, nichts anderes gilt für uns, als das. Nicht nur gegen die Leute, die unsere Alliaten sind, bis heute Morgen. Und nicht nur gegen jemanden, der nicht wertvoll ist, als unser Master. Ist es noch auf dich? Was? Was bist du blabberst? Was bist du blabberst? Die Päuner, die du glaubst, waren für dich wirklich wertvollen, als das Blut unter deinem Boot. Seit dem Anfang. 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 Wie darfst du dich? Oh, das ist auf meine Nerven. Wenn es alles gleich mit dir ist, würde ich es wirklich gerne verraten. Also, komm und kill mich, wenn du kannst. Wenn du zuerst möchtest, würde ich es glücklich sein. Unter-Graduate! You worthless scum! Wow! Sie hat sich in ein Monster gemacht. Jetzt habe ich alles gesehen. Hm. Du bist Angst, oder? Ich fühle mich Angst? Nein, du wirklich nicht. Es ist einfach nicht. Ashira, nicht überraschend sie. Sie ist nicht wie alles, was du hast. Ja, ich habe das Gefühl. Na dann, Uraboros. Zeit für den Kampf, den wir alle warten. Je weniger hier stehen, desto besser. So, dann mache ich mal direkt den nächsten. Gut. so das ist ja stark gegen müh wir sind damit haben wir nur den konsul jetzt vor uns die anderen die waren ja mit wir schon beim witz sind diese angestellte wird für dich der größte witz der belagende siebe hebt den schaden und die platte um 150 prozent gewährt der ganzen gruppe kraftaufladung für sehen was sie kann hey schießt kommando er gibt exzellent aber der hält wird in dieser angstkette nicht reaktiviert okay mit exzellent kann ich dann wäre auf einmal zurückbekommen aber sie wird nicht mehr reaktiviert ist die ganze angstkette über okay du willst eh nicht umfallen die erst mal feilung na gut dann lasse ich sie jetzt mal machen und dann die die das ende der angstkette sie kann generell schleudern 200 prozent einfach exzellent kriege ich richtig viele zeug na gut wir sehen uns am ende der kette so leute wir nähern uns dem ende der angstkette mit einer extremen implosion die sollte rips sein ja ist ja auch ich dachte mir schon das kann das kette sie vernichtet diese level 38 und wir sind 51 und du bist nichts weiter als abschauen also sie ist ertlär geht was was go on kill me is that what you want you animal Nein. Was? Was? Queen's Wings! Hast du das Snuffing Plot verloren? Sie ist Mobius. Sie ist der Krieg. Ja, aber es endet so... Wie soll ich es sagen? Oh. Es ist ein Wast. Sie sind verrückt? In Fakt, keine Ahnung. Ich habe es gefragt. Da ist es, Frau Consul. Du kannst eine Strategische Reaktion. Alles klar, ich habe keine Ahnung. Wenn du eine Reaktion für eine Reaktion, dann schaue ich Kolonie XI eine andere Besite. Du... Du B****! Oder wenn du wirklich, definitiv... Du? Willst du sterben? Ich habe keine Ahnung, um zu spüren, wie du gehst. Oh. Du wirst mich bezahlen, um mich zu schlafen zu machen. Du wirst mich sehr bezahlen. Aaaaaah! Also, ich muss schon sagen, ich mag die Frau, ne? Sie bringt die Consul echt auf die Palme. Es ist schön. Oh. Ich weiß das. Das ist deshalb, ich erwarte große Dinge von ihr. Wow. Ich weiß nicht was zu sagen. Diese Frau ist etwas anderes. Right. Eine Krieg braucht Feuerwerke. Mach es etwas Großes. Du hast alles in diesem Weg gebracht. Um, ist sie zu sagen, was ich denke, sie zu sagen? Sie hat ein Punkt, ich glaube. Was? Sie sind eine Silve-Kolone. Sie sind sicher, was das? Sie haben nicht gehört, meine Sprache? Ich habe gesagt, nichts anderes interessiert. Nicht für uns. So? So? Here we go! Ich glaube, die mögen mich mittlerweile nicht mehr. So? So? Ich glaube, die sind nicht mehr, ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr, für die Sache, für die Leben zu verdienen. In der ersten Zeit. Back up, back up. Surely, du musst, was? Ich meine, das ist das übliche Setup. Ja, ja, ja. Normalerweise kämpfst du, um die Klocke zu verraten. Nur natürlich, sonst bist du. Aber für uns, wir leben, damit wir kämpfen können. Das ist wie wir unsere Leben leben. Leben, um kämpfen zu kämpfen? Das ist ein bisschen verrückt. Du musst verstehen, jetzt, dass du mit meinen Träumen überrasst hast, ich nicht folgte den Konsolen, weil sie Angst haben für ihre Leben. Wir benutzen die Situation, die wir in, zu unseren Vorteil. Huh? Was ist das Ziel? Ich denke, dass es klar ist. Wir hoffen, dass wir ein properer Kampf gegen die Deathen können. Mit Wurrührern wie du. Ich habe mich in all diese Wurzeln gemacht, um diesen Traum zu realisieren. Das ist alles. Ich... ich sehe. Nein, nicht ich sehe, Senna. Ich denke, das für einen Moment. Diese Leute haben sich verraten, haben ihre eigene kleine Mörder-Party. Es ist verrückt. Ja, wenn du es ernsthaft bist, dann ist das genau wie es war. Das macht es überhaupt nicht besser. All diese Leben-to-Fight-Krappe. Wie viele Leben brauchst du bevor du bist? Oder vielleicht willst du sterben, ist das alles? Ja, ich will sterben. Eine sehr sympathische Frau. Eine sehr sympathische Frau. Was? Ich sage, ich sage. Also, du willst kämpfen, du willst sterben. Was ist dein Problem? Du kommst mit all diese Hive-Falutin-Krappe, aber wirklich, dieser Konsul war richtig über dich. Du bist nichts, aber ein blöden Geist, nicht du? H-Hang an, Uni. Du hörst. Du musst uns nicht in deine schreckliche, schreckliche, schreckliche questen. Bist du uns alleine, okay? Uni? Das war aus dem... Punkt, Dexter. Wow. Ich bin ziemlich entschuldig, nach allem. Ich denke, ich werde eine Lose weg von irgendwoher. Oh, ihr könnt ihr alle zusammenfassen. Ich bedanke mich dafür, dass wir uns in der Kampf haben. Ashera, wir sollten nicht... Also, dann, ich werde weg. Und was du machst, ist auf dich. Uni. Das war nicht cool. Ich möchte, dass du später entschuldigst. Bitte sagst mir, dass du nicht siehst. Jeder sollte frei sein, wie sie leben wollen. Was nicht Ethel das gleiche? Ei, sie ist nichts wie Ethel. Entstanden? Ja, das ist sicher. Aber du warst einfach über Bord da. Uni. Ich weiß, wie du fühlst. Aber... Kannst du... versuchen? Okay. Du gewinnen. Whatever. Ich spreche mit ihr. Kannst du das? Sure. Psych. Es sieht aus, wie die Kolonienrelationen verändert haben. Es sieht aus, wie die Kolonienrelationen verändert haben. Ich will. Hm? Um, ich meine, ich will darüber sprechen, um zuvor. Ich bin sorry, ich bin zu weit. Was hast du lacht? Ich bin wirklich ernsthaft hier. Ah, nein, sorry, sorry. Es ist nur, dass du mich überrascht hast. Und ich glaube, dass du zu weit weg bist. Was du gesagt hast, war die unvergültige Wahrheit. Und das Thema über die Wurzeln? Selbst ohne Flamklox, die Menschen sterben, an einem Moment. Be es schneller oder später. Also, bevor das passiert, ich möchte meine Marken auf diesem Welt. Ein Beispiel von Bezug auf, dass wir hier sind, in den kurzen Zeit, in dem wir uns gegeben haben. Für mich, das ist das, was ich will, um zu erreichen, um zu sterben. Sorry, ich noch nicht verstehe. Es ist wirklich so, wie du dich zu verletzt hast. Ich bin, wenn ich mich nicht so, wie du dich zu verletzt hast. Ich bin, wenn ich mich nicht so, wie du dich selbst verletzt hast. Und ich bin, wenn ich mich nicht so, wie du dich zu verletzt hast. Leben hat viel Wert. Live fiercely, die spektakulärly. Das ist wie ich das BATTLEFIELD von meiner Leben sein soll. Na all das gesagt, von der Seite, all die Leute sehen, ist der Suicidal-Maniak. Und Kolonien 11 ist der letzte refuge für Leute wie uns. Ha ha ha! Ist das lustig? Ich sehe das lustig. Sie sind wirklich verrückt. Ha ha ha! Wie viele Mal haben Sie das gesagt heute? Ich glaube. Aber, you know. Hm? At least jetzt, ich verstehe, dass du nicht genug bist, dass du dich aus dem Kopf hast. Und deine Leben ist wirklich deine, so wie du siehst. Es ist nicht mein Ort, nur weil wir nicht aussehen sehen. warum. Beside. Die Art, die du kämpfst. Fearless und Fierce und all das. Honestly. Es ist irgendwie großartig. Ja? Ich denke so, eh? Was? Revin' auf für eine andere Dig? Nein. Wie soll ich es sagen? Nein. Ich denke so, dass ich so gut bin. Ich denke so, dass ich glücklich bin. Du bist nicht schrecklich, oder? Das ist gar nicht wert. Ja? Ja? Kannst du nicht sagen, dass ich schrecklich bin? Ich wirklich, wirklich schrecklich liebe dich. Awww. Das tut. Und hier war ich dir ein Liebling zu dir. Ich meine, von jetzt an, wir sind alle Rebels. Also. Also. Ich habe ja eher das Gefühl, sie bringt Juni auf die Palme bis zum Maximum. Das ist ihre spezielle Fähigkeit. Sie weiß, wie man Leute ankommt. Aschias Klasse. Einsamer Ex-Huland. Ist ein Verteidiger. Zieht durch angefühlt viel Gegnerwut auf sich. Wer mit Streit in der Nähe angegriffen, schlägst du mit Kontern zurück. Ich kann mir ja mal generell ihre Fähigkeiten angucken. Äh. Einfach nochmal kurz die Fähigkeiten angucken. Mehr Wut. Behalte. 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 200% der Angstkraftheitsschaden. Okay. Das ist wahrscheinlich diese Konter-Fähigkeit. Erzähl 50% mehr Schaden begegnen die den Charakter am Visieren. Die Schleudern-Fähigkeit. Ja, ist schon ein interessanter Charakter auf jeden Fall. Kämpfen muss ich ja jetzt so oder so erstmal eine Weile mit ihr. Weil wir hier die ganzen Nebenmissionen abschließen werden. Nichts geht über mich. Viele Charaktere müssen wir nicht mehr freischalten. Es sind nur noch 8 die fehlen. Und das hier ganz unten rechts ist jetzt ein weiterer DLC Charakter, den wir innerhalb dieses Kapitels tatsächlich irgendwo finden können. Also, da können wir gespannt sein. Es fehlen, wie gesagt, nicht mehr viele. Ich könnte mir auch vorstellen, bei der vorherigen Karte, da sind wir, glaube ich, hier... Ne, nicht bei Kolonien Lumber, bei Pentula. Äh, hier so ungefähr. Da war ja auch eine Kolonie. Bestimmt könnten wir da auch nochmal irgendeinen Heldenden bekommen. Da werde ich, glaube ich, beim nächsten Mal hingehen, dass ich da wirklich erkunden gehe. Naja, ach, mh, vielleicht übernächstes Mal. Erstmal die Mission hier. Aber diese Ashtere, die ist schon eine interessante Persönlichkeit. Aber sehr sympathisch. Äh, jedenfalls. Ihr Part ist jetzt hier schon lang genug. Ich hoffe, ihr hattet alles Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.